Hallo Leute, heute gibt es für euch den Hundehaufen 1,99 von Silvesterzauber bzw. Lesley aus dem Norma. Oh, das klingt absolut bestialisch. Ja, stinken und gut aussehen tut er, kann man sich als Funartikel gut mal mitnehmen. Richtig fein. Vielen Dank fürs Angucken. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.